Hallöchen und guten Tag meine Jäger. Heute sehen wir uns bei einem eher ungewöhnlichen Video von mir wieder. Hast du Probleme mit dem Anvisieren und Treffen von anderen Jägern? Dann ist dieses Video genau das richtige für dich. Hier erfährst du die richtigen Einstellungen, um auch unter Stress erfolgreich und relativ ruhig zielen zu können. Dass du nicht triffst und vielleicht andauernd daneben schießt, muss nicht an dir liegen. Nein, die Ursache kann eine ganz andere sein. Und zwar wird es für dich unter Umständen mal Zeit, die Empfindlichkeit richtig anzupassen. Damit ist gemeint, dass du die Einstellungen deines Spiels nach deinen Bedürfnissen einrichtest. Mit meinen Einstellungen, die ich an dich weitergebe, wirst du höchstwahrscheinlich im Gefecht gegen andere Jäger als Sieger hervorgehen. Ich würde sagen, dass wir dann mal zum Eingemachten gehen. Du gehst auf das Zahnrad, also auf die Einstellungen in Hand und dir werden die Empfindlichkeiten auch direkt angezeigt. Die Einstellungen, die ich dir jetzt mit auf den Weg gebe, dienen lediglich zur Orientierung und sollen dir eine Möglichkeit aufzeigen, wie solide Einstellungen aussehen können. Dies hier sind meine Einstellungen und wenn du das Video pausierst, kannst du diese, wenn du magst, ganz leicht für dich übernehmen. Langsamere Sensis eignen sich hervorragend für Hand. Beim Zielen ist es unheimlich wichtig, ruhig und geduldig zu bleiben, damit du dein Ziel nicht verfehlst. Wenn du möchtest, kann ich auch noch ein Video raushauen zum allgemeinen Movement im Spiel. Wenn du dir dies wünschst, schreib es doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jede Art von Interaktion deinerseits und auch wenn du mir ein Dislike da lässt oder ein Like, das ist mir eigentlich völlig egal und dient für mich lediglich als Feedback. Also, ich gebe dir den Rat, die Einstellungen erstmal so zu übernehmen und sie ggf. nach deinen Wünschen weiter anzupassen. Auch sollte die DPI-Zahl deiner Maus nicht allzu hoch eingestellt sein, da dies die Einstellungen im Spiel verfälschen kann. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Hand kein Counter-Strike ist, sondern ein völlig eigenständiges Spiel mit einer eigenen Mechanik. Besondere Spiele brauchen besondere Einstellungen und deswegen gibt es dieses Video, was dir hoffentlich weitergeholfen hat. Die ganzen Tipps und Tricks gebe ich auch gerne an unsere Anfänger weiter, die sich bereits in unserem Discord-Channel befinden. Wenn auch du dazugehören möchtest, klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Worauf wartest du noch? Jetzt solltest du gut aufgestellt sein und wenn dir irgendwelche Fragen auf der Seele brennen, schreibe sie doch einfach in die Kommentare. Für Anregungen bin ich natürlich offen. Wenn du nichts mehr verpassen willst, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Tag. Gute Jagd, ciao! Gute Jagd, ciao! Gute Jagd, ciao! Gute Jagd, ciao!